Yonat kommt zu einem weiteren Paratum aus Berlin 2 Online und ich weiß schon wie der Herr schläft. Äh, ja, ich kann es da halt nicht aus. Und wir spielen heute mit einer Waffe, die ein bisschen mehr Range hat. Aber mal gucken, was uns Avi vorschlägt. Oder was wir noch kaufen können, natürlich. Und es sieht nach einer... Nein, das lasse ich noch außen vor. Wir nehmen heute, äh, genau, die 552 Gallons mit der Cepisphäre und Detektor. Bin gespannt, wie man die spielt und wie sie sich spielen lässt. Also wir proben auf jeden Fall, oh ja, das machen wir auf jeden Fall. Aber ist zu teuer, haben wir was billigeres. Ja, nein, nehmen wir das hier. Wir haben ein bisschen weiter gefarmt als mit diesem Paratum. Und wenn ich alles gewinne, dann habe ich wieder alles drin. Und wir nehmen auf jeden Fall Hauptwaffe Plus. Und für die Schuhe bekommen wir... Nichts, was uns bringt. Okay, dann nehme ich noch das hier. Regeneration, geht schneller. Und ab in den ersten Kampf für diesen Part. Let's go! So, warte mal. Hat man diese Map nicht schon mal in den letzten Part? Ach. Ja, egal. Ich kann's, wenn ich auch so manche aufnehmen kann. Und dieses Geldverhammerei, da ist zum Grotzen. In den ersten Parts war's angenehm, weil ich hab da zu mir gespielt, das ist in Level C. War gechillt. Ganz entspannt. Aber seitdem, Alter, boah. Da hab ich vieles Teures gekauft. Waffen kann man sich halt nicht aussuchen, wie teuer die sind. Aber Klommorten kann man sich noch wenigstens aussuchen, wie von Effekten. Und, äh, ja. Sag mal so. Ich nehme immer das billigere, auch wenn es nicht drei Effekte hat. Aber das kann man ja mit Supermuscheln. Die kommen auch vielleicht 30 oder manchmal Splatfest. Und, ja. Aber ich weiß nicht, wie weit ich... Oder, naja. Welchen Level ich erreichen werde. Ich ess dich, okay. Ich bin mal gespannt. Ähm. Ich weiß nicht, welchen Level ich erreichen werde für das Display. Da ich nur die Waffe einmal in Part spiele. Und dann offline. Um Geld zu farmen. Bis zu 20.000 Marke immer. Ungefähr. Und, äh. Ja, bin gespannt, welchen Level ich erreichen werde. Ich bin erst Level 18. Kurz vor 19. Aber, ja. Es gibt noch eine Menge Waffen, die man noch kaufen kann. Die erst bis... ...Krufe 30 andauern. Also 30 ist mindestens an Level. Und wir haben noch so viele Waffen vor uns. Deswegen mache ich mir keine Sorgen, dass wir nicht alle Waffen kaufen können und nicht gleich Level 30 sind. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen mit dem Geld farmen. Das sowieso nicht. Machst du immer kurz vor 20k an Münzen oder einfach... Na komm her. Okay, das war jetzt ein bisschen lucky hier. Äh, ne. Auf jeden Fall... ...wir stehen geblieben. Achso, wir haben das hier. Auch noch. Wenn man auch gerade was entspannt, ja. Du konntest immer aufnummern, wenn du wolltest. Musst nicht auf die Webpage schmeißen. Äh, warten. Obwohl es noch 10 Minuten sind. Da kann ich noch nebenbei was machen. Ja, ahnung. YouTube gucken. So 10 Minuten. Was auch immer, ne. Äh, Unterhaltung gibt es an Mass. Aber ist halt nervig, wenn man jetzt auch nehmen möchte und kann. Weil zum Beispiel, wenn meine... Ey, Killer. Also zum Beispiel, wenn meine Schwester Netflix guckt oder meine Mutter. Kann ich nicht spielen, weil das Internet scheiße ist. Das reicht nicht. Traurig, aber wahrer. Ja. Ja, ja. Leon, CSD, was hast du getan, Mensch? Äh, na gut. Ab in die nächste Runde und hoffentlich wird es besser laufen. Uh. Halbvertrauen. Aber auch nicht mehr lange gehabt, ne. Klar, wenn man die Parts alle nacheinander kommt, denkt man, das ist ja leid. Aber es sind schon zwei Wochen Unterschied zu den letzten Parts. Ich kam einfach nicht zum Aufnehmen. Ich wurde immer wieder unterbrochen und ich hatte keinen Bock mehr Geld zu farben, ne. Das ist halt alles scheiße. Und ich denke gerade wirklich, dass die Hellen nicht mehr Range haben. Also das ist ja schön jetzt mal. Und hier veranstaltet eine Squid Party. Okay, dann will ich nicht hören. Ich färbe mal weiter ein, ne. Ich bin ein sozialer Squid. Oder Enkling. Ihr könnt weiter feiern. Ich färbe nur gerade rum, ne. Ich mach bei sowas einfach nicht mit, weil ich find's unnötig. Ich hatte mal Leute im Ranker, tatsächlich. Die haben Squid Party gemacht. Aber nur der eine und der Rest hat ernst gespielt. Und das war ausgerechnet mein Team. Ja, das war auch, äh, lass ich nicht mögen. Deutscher Name, der Map, warte mal. Baru World ist Englisch. Oder der englische Name. Der deutsche Name muss, äh, Flunder Farm Pack sein. Oder sowas ähnliches. Ja, genau. Da wurden, oder da hat der eine an dieser Wand Squid Party gemacht. Fast in der Mitte. Äh, ja. Der hat sich einfach draufgelegt und hat nichts gemacht. Vielleicht hat er gedacht, ich bin ja sicher und man sieht nicht. Und warte mal, Creeper? Moment, 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 Moment. Achso, ne. Ich hab Gebürges verlesen, weil es ein kleiner YouTuber ist. So, fast um die tausend Abonnenten passt, äh, wenn ich mich nicht irre. Aber ich hab mich verlesen, alles gut. Okay, dann, äh, können wir den Squid Party machen, ja, geil. Yo, hey, guys. Ey, alle vom Gegner-Team machen Squid Party, irgendwie geil. Hey, was geht ab? Wie kommt sowas zustande, ey? So, hier kann ich später das Geppart machen, ja, 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 ja. Was geht ab, mein Züger-Freund? Ja, was geht ab? Das ist aber komische Latschen an da. Mit Socken auch noch, ei, 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 das wird aber nicht gern gesehen, du. Und diesen Hut habe ich auch, auch, wenn ich, äh, Kente-Profil-Plex habe, bitte. Ja, genau den Hut. Sieht so ein bisschen Banane aus, aber hey, hauptsache die Effekte, ne? Hauptsache, die Effekte stimmt. Das ist die Hauptsache bei mir, nicht das Aussehen. Aussehen ist zweitrangig, wenn es komisch auszufinden ist. Also, es wird echt, ne? Ja. Und die haben schon wieder einen Disconnect. Oh, lol. Aber diesmal gewinnen wir, und nicht die Gegner. Ich weiß nicht, wie wir sie jetzt geschafft haben. Ja, 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 hey, 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 hey. Hey! Junge, ich habe ja nichts... Hey! Ha! Ach so ist das, der Leon spielt dann Wannenschwaffe. Ne, warte, Wannenschwaffe. Ich meine... Explosier, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Explosier auf Deutsch. Kannst du mir jemanden in den Kommis schreibt. Das ist ja sehr nett von euch. Wir spielen keinen Explosier, man. Ja, das ist wieder so ein Fall gewesen. Na gut. Dann Easy Win für uns schon mal. Und... Oh, ist okay, ist okay. Dafür, dass die Waffen nicht schnell schießt, ist das okay. Ab in den nächsten Standardkampf. Und ich hoffe, ohne Split Party. Und das Benenkt von den Gegnern und aus meinem Team. So. Nochmal halbe Tage. What? Und... Oh, sehe schon mal vielversprechend aus. Sehr gut aufgepeilt. Beide Teams haben Sniper. Einmal die Heldenvariante, was man nur durch die Story bekommt. Aber es ist nur ein anderes Aussehen als die normale Sniper, die man in den Laden kann. Die Standardvariante, ne? Ohne Schnickschnack. Ohne Schnickschnack. Ähm... In dem Hände. In dem der Kinder... auf dem Böden klatscht. Boah. Und man tötet ihn auch dadurch. Manchmal. Sehr gut gemacht. Army... und ja ich habe schon wieder den ball already kriegt man die spitze so schnell auf geht aber habe ich gar nicht drauf er wollte sich verstecken wollte mich hinter uns angreifen weil ich nach links oder hier ja doch nach links ja dann ist natürlich gestorben moment ich weiß ich habe mir selber ich klinge tatsächlich anders bei dem ich den sound problem gelöst habe ich habe kein rauschen mehr mit der grund durch das headset wenn ich gut aber es klingt irgendwie abgedämpft sowie als hätte ich das ein video bearbeitungsprogramm gemacht also ich kann es kann das auch schon entfernen das klingt dann genauso wie jetzt dass ihr hört seit das fixen aber ich wollte jetzt auch nicht immer nur mit einer szene machen damit schöner aufgebaut ist wie das verschiedene szenen einmal so freemen keine ahnung timer und hintergrund und musik was immer und dann das hauptige gameplay auf ein anderes ziel liegen da also muss man halt so abschritte machen und sonst wäre das volk nicht gelöst und es sind tatsächlich dann ist itunes nicht installiert war obwohl es davon installiert war aber wir haben sie jetzt noch gewonnen ich verstehe es nicht na gut ich habe diesmal gewonnen aber gut ab in den rankampf und ich hoffe es wird gut laufen ich meine ich habe eine gute schweizwaffe für den modus und bin guter dinge und bald haben wir ein level ab wahrscheinlich in den nächsten kampf wenn wir gewinnen sollte und ab geht's ja vor allem in muschelhaus dann kann man denn hamsterball vergessen musste extra langen weg nehmen und bis dahin ist er eh schon kaputt weil er drauf gefahren wird und ja also musik aus ist auf dieser map echt katastrophen blase oder blase oder blase werfer kannst du auch vergessen da ist auch das gitter davor und die bubbles können nichts machen die stoßen einfach gegen das gitter an und dann wobei das war's die kommen nicht rein die können niemand treffen ja richtig scheiße die map leider gott ist wenn das gitter nicht da wäre wäre sie glaube ich beliebter aber so als bei mir ist sie eh unten durch wenn ich die map sehe weiß ich schon das kommt zu 90 prozent ja weil das ist einfach so typisch die maps die du nicht willst kommen immer oder am häufigsten die du willst ja einmal pro zehn match und zehn matches oder so okay ist jetzt übertrieben gesagt aber es kommt halt so vor du wünschst dir das oh mein gott selten und dann kommt es nie wieder einmal gekommen dann kommt die map halt wieder gefühlt weil den liga ich weiß nicht wonach es geht aber es nervt ja ich weiß nicht ihr seht ihr er wollte durch den gitter mit dem hamsterball aber konnte nicht er musste da explodieren es gab keinen anderen weg weil keinen anderen explosionspunkt mehr eh nicht mehr durchkommt wir haben es wunderbar bei den gegner gesehen er wollte versuchen die tone einzuhalten oder den zähler anzuhalten und er konnte nicht weil er nicht damit gerechnet hat dass es so ist und ich erlebe tatsächlich noch leute in rang x ja im muschelchaos dass ich zum beispiel ich habe super klein also eine große muschel und rennen damit durch mit dem hamsterball und die machen den kaputt ich weiß nicht wieso und dann punkt ich halt dadurch immer das ist so lächerlich warum macht man dort da habe ich einmal gegen japan gespielt und lieber die haben es nicht getan wir haben den baller und haben es aber einfach durchlaufen lassen und explodieren lassen wir haben zwar ein bisschen drauf geschossen aber dann direkt aufgehört und da merkt man schon in uns zwischen japaner und das thema geht immer noch weiter ich meine warum macht man sowas warum macht man den baller kaputt wenn der gegnern zum muschel hat selbst im reich habe ich das erlebt also macht ihr den warum japaner und dann sagen sie sich um die truppe lieber drauf schießen jungs ok kein wunder dass die japaner schlauer sind oder besser sind im game weil sie solche dummes fehler nicht machen weil das kostet alles du kannst einfach eine muschel reinwerfen dann hast du verloren und mein team kriegst irgendwie nicht hin und wir haben diese runde verloren und 1 also es steht immer noch fest die tradition neue 30 euro er hat sich bewegt und wir haben das noch irgendwie hingebacken schade 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 wir haben den zieler für uns gewonnen krass und sicher wieder zwei mal springen hat geholfen wo blizzard es sind ja auch ein geiler name blizzard aber das gibt es als auch das habe ich schon mal gesehen egal in welcher ran schufe es scheint ein cooler beliebter name zu sein wo wir das nicht haben mit einem double bombs hier kommt nur hermann so 1 junior noch mehr mit an den scheiß blubberwerfer 1 23 23 er flüchtet halte sie noch ach schade schade mann ich hätte drei haben können dann halt nicht boah alter farmaketen kommen auch noch dazu ich bin mir jetzt hier wieder ein winnier oder ein team überhaupt also die waffe ist okay ich würde sie jetzt nicht nennen oder so aber ist ganz so viel zu spielen da gibt es noch bessere varianten so der 90er zum beispiel aber ist eine ganz solide waffe trotz für die reichweite nicht so hoch ist kann man schon spielen das ist mein paar zu dazu wo kann man das hat mitgemacht man sieben kels wie ich eure mann gut dann würde ich sagen ich bedanke mich für die zuschauer dass euch gefallen hat gibt da oben wenn es einfach so zu abonnieren glöcke aktivieren mit allen videos und hoffe wir sehen wir uns in den nächsten paar haut haut rein bis rein und ciao 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 1 Untertitelung des ZDF für funk, 2017